Sie sind auch so ein bisschen der gute Laune-Mensch in der Mannschaft, stimmt das? Wenn Sie in die Kabine kommen, machen Sie die Musik an und singen Sie, tanzen Sie oder was machen Sie? Ich mache meine Musik, Reggaeton und Spanische Musik. Ja, genau. Und tanzen Sie dann Zwanza und Merengue oder was machen die Spieler? Ein bisschen Reggaeton, ein bisschen elektronisch, aber es ist für Motivation. Aber ja, manchmal bin ich nicht da. Alle sagen, Marco machen Musik. Der DJ der Mannschaft. Aber es hat sich einen besonderen Spaß heute ausgedacht. Beim Elfmeterschießen, Achtung! Ja, erstmal schön den Schuh reingeschossen. Achtung! Und dann den Ball hinterher. Jawohl. Wie oft haben Sie das schon gemacht? Vielleicht machen Sie das nächste Kanzlei. Im Spiel, ja. Ich denke, es ist wichtig. Manchmal lachen, manchmal macht es Spaß. Und manchmal auch gute Arbeit. Ich habe gesagt, Nico ist immer eine gute Mannschaft. Ich weiß, es ist zu viel Nationalität. Die anderen sprechen. Die anderen sprechen. Die anderen sind mentalitär. Aber jetzt ist es eine Mannschaft. Und dann alles zusammen ist, ist einfach so eine Trauma. Die anderen arbeiten. Die anderen sind die Menschen-Applaus.